Ein herzerfrischendes Moin Moin und Willkommens zu CTT Blitz. Ja, jedoch abpupfern hier, weil schlechteste Einleitung. Wie hieß der Typ nochmal, der das immer sagt? Muss die Leute noch vorstellen, ne? Boah, jetzt sind wir in der Tautau, der Grands, der Dalu, der Maru, der Nils, der Kunran und der Maxi. Guck mal, hier kommst du nicht mehr an mir vorbei, es sind zwei Ausgänge, Tautau. Alter! Alter, was war denn der Anfangsleck? Alter! Was war das denn jetzt für ein krasser Anfangsleck? Ey, was? Okay. Du Cheater! Ah, die Grands! Nochmal neu. Einleitung bei EK. Oh! Show me your secret weapon! Ich hab ein Messer! Oh, ja, ey! Ey, wie geil! Ich seh nur Tautau. Kann man jetzt wechseln? Aber man kann immer noch wechseln, ist so langweilig. Man kann noch wechseln, ja. Oh nein, man kann's werfen! Wo ist es jetzt hin? Ich kann's wechseln. Ne, Tautau könnte ich instant killen. Ich hab Kranz getötet, du Wabler. Bin Assassin's Creed jetzt, ey. Ich hab's weggeschmissen, aus Versehen. Nils, bleib mal stehen. Ich versuche Assassin's Creed nachzuspielen hier. Ey, wer werft da mit ein Messer in Fisk? Fisk hat das Messer nach Nils geworben. Aber Assassin's Creed. Oh oh, ich hab... Assassin's Creed geht so, ey. Au. Scheiße, ich hab's mir besser. Oooooooooooooooooooooooooooooh! Dalu oder Maru? Dalu oder Maru? Dalu weg! Hast du doch geschossen? Nein! Leiche weg! Jetzt liegt mein Messer weg. Jetzt liegt mein Messer weg. Jetzt Dalu oder Maru? Wie? Dalu. Dalu ist doch tot oder nicht? Sicher? Nein, er kann nicht tot sein. Weil Granz ist ja auch tot. Aber da hinten liegt doch nicht... Ja, aber das kann ja auch Maru sein. Achso. Ja, aber warum sollte Dalu einen Witz machen und so? So geht das und äh... Hier stirbt übrigens jemand. Dann ist er beim Slow-Mo. Ja, er hat sich mit Maru abgesprochen. Also, sie können ja nicht beide Traitor sein. Nein, aber... Nee, Granz ist... Aber warum sollten sie sich dann absprechen? Oh! Der ist im Stripclub irgendwo drin. Oh, scheiße. Ich bin Kunde getötet. Mann, ey. Scheiße. Ich bin verloren, ne? Ich bin verloren, ne? Sorry. Komm dran. Ich bin klarer, wenn ihr ihn sehen solltet. Dammit. Ist da hin, ey? Kann halt überall sein. Shit. Okay. Dalu ist ein Klopper. Ja. 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 Achso. Ah. Wie tut mir das, Nils? Keine falsche Bewegung. Ja. Nils ist es. Wir suchen immer noch... Ich rechts leg dich gleich. Wer jetzt mittlerweile von mir aus bei Maru ja auch nicht redet, den auch töten, solltet ihr ihn sehen, aber... Ich rede doch. Ja. Okay, es ist Dalu. Ach verdammt. Fuck. Du hättest vor allem den Falschen abgestochen, Tautau. Ja, du hättest besser Fisk losgegangen. Verdammt. Du hättest eh den Falschen gemessen. Du hättest einfach mal nix machen sollen, Maru. Tautau wär dir vorbei gerannt und hätt Fisk abgestochen. Zu Recht. Nachdem Tautau da schon so ne Reflexe hatte. Und ein verdächtiger Edan oder mich. Moment, Moment, Moment. Ganz random war das nicht, weil wenigstens am Anfang der Runde hab ich den richtigen erschossen. Ja, aber das war ja auch random. Ich hab ja gar nichts gemacht. Ja, das stimmt nicht ganz. Das war der Anfangsleck. Da drücke ich immer aus Versehen. Dein Anfangsleck, ey. Aber der Anfangsleck war diesmal echt krass, oder? Ja, ey. Ich hab am Anfangsleck auch erst mal Schaden bekommen. Runter mit dir. Warte, wer ist da oben? Auf die Knie. Fisk, bleib mal stehen. Oh, Drenz! Das warst du selber! Du hast selber drauf geschossen. Was ist jetzt schon wieder bei euch? Die jetzt ist schon tot, glaub ich. Nein, Maxi. Maxi ist tot. Maxi war das okay. Was hat der gerufen? Er hat einfach nur Granz gerufen, weil ich das fast nach ihm geworfen hab. Ich hab wahrscheinlich so'n Dreck oder so. So'n Dreck. Hier. So'n Gag. Aber ich hab nur, ich hab einfach nur das Fass zu ihm geworfen und er hat's abgeschossen. Direkt. Dalu! Dalu. 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 Aber er hat nen Bumerang geworfen. Wo denn? Beim Wasserturm. Confirm doch die Leiche nochmal. Nein. Mach ich's sicher nicht. Bist du. Hey, Grenz. Grenz ist belieb, oder? Ja. Könnt' ich jemanden so ganz fast sagen? Hulia. Ab ihn, ab ihn. Nein, Tau, Tau. Hey. Sorry. Bill. Warten. Bist du tot? Ja. Lieg hier unten. Nils, Tau, Tau, Tau. Kunran und Maru, Duell. Okay, Kunran, Kunran. Du bist... Den hab ich eben noch gesehen. Also... Ihr seid so bei dem gleiche rausgeressen, oder? Achso, Grenz ist auch noch nicht. Grenz hat... Grenz ist nicht safe. Okay. Da haben wir gerade was gesagt. Okay. Maru, dann sollten wir nichts übereilen. Dann ist es Kunran... Ja, auch. Ohne muss es sein. Dann Kunran. Dann. 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 Ich will das nicht sehen, dass das alles läuft hier sehen... Blitz Kundran! Wir haben ja... Okay. Okay, Kundran. Okay. Warum hast du nicht Maru mitgeblitzt? Weil Kunran einfach ebenso Quatsch erzählt hat. Okay, das wäre... Das heißt, Maru und Kunran sowieso duellieren und Kunran sowieso töten. Beides. Also... Einfach am besten bei... Nein, das meine ich. Dass du mich nicht töten darfst, weiß ich nicht, ob das geht. Aber es ist ja gefährlich, wenn du es hier tust. Wollen wir nicht einfach hier bleiben, Brantz? Jaaa Brantz, du hast geschossen Nein, ich hab das fast kaputt gemacht Achso Ich hab nämlich wirklich überhaupt nichts gemacht Ich hab das nur geworfen und bin dann weggegangen Dann liegt Dardus geworfen auf Bummerang Ey Du Sack, du Alain, Digga Aber hätte die doch dann angezeigt werden müssen Maxi eigentlich Oh nein Ja, aber dann durfte er ja nichts mehr sagen Ne, weil er jetzt das noch gesagt hat Der Name Fisk, der stand Aber ich glaub, dass es durch Welt ausgeschaltet wird Ja, weil ich bin am Fallschhaken gestorben Am Ende, ich hab noch 1 HP Und ich wurde runtergesprengt Ich denk nur so, komm, der schießt da selber drauf Ja genau, was würde ich auch tun Ja, aus Reflex machen das aber manche Leute Ja, manche Aber nicht der Maxi Nicht die Profis Ey, ey, hey Personal Space Ich hab geguckt, ob hier noch irgendwo ein Fass ist Dann gib mir eine Räuberleiter Dann gib mir eine Räuberleiter Wenn ich tot bin, ist es nie jetzt Kann es sein Teuf Oh nein Braille, Braille, Braille Braille, Braille Man kann noch Neue aufheben, das ist doof Hey, ich hab eine Huge aufgehoben, nice Perfekt Disco Robo Oh nein Kundra Maxi Tau-Tau ist es Kundra Ich wär drüben gespawnt Kundra Cool Story Pro Auf der Map gibt's ja keine Diegel, glaube ich Ich hab ne Diegel Maxi, darf ich Tau-Tau? Einer hat getrunken Ich hab ne Diegel Tau-Tau Guck mal, Nils, Dalu, Kundra Tau-Tau und irgendjemand ist grad weggerannt Der da oben stand Ich stand da oben Dann muss es Maru sein wieder, oder? Die haben auf jeden Fall nicht getrunken Maru reizt heute alles aus Maru hat nen Traitor pass Das muss aber echt sein, weil alle anderen standen oben Ok Also außer ich hab das nicht mitgekommen, dass einer mir in der Masse getrunken hat Dalu hätte das doch gehört mit seinem Zehnpunkt Oh, was mit Nils? Was ist? Aber Nils, was soll der getrunken haben, denk ich mir gerade Maru hat getrunken Hey, warte mal, wer ist das da drüben? Fisk! Du Schlawiner, du kriegst doch die Ok, wir nehmen Fisk aus, ne? Maru shoppt Maru shoppt Ah, da sind auf dem Auf dem Rohr Auf dem Dach Alter Maru hat den shoppt Da hat Fisk mal gut ausgepasst, ey Ich wollte den nicht verschießen, weil sonst wieder so Als random Kille Ne, wieso, das hatten wir doch schon festgemacht Wen denn hatten wir? Wer stehen bleibt im shoppt ist aber schon Maru hatten wir doch schon festgemacht, dass er ja Ja, der musste es ja sein Ja stimmt doch, der hat mich eigentlich auch Doch doch, wir haben doch gesagt, dass alle anderen oben waren Und keiner hat hier oben getrunken Ach so Vor allem, wenn du sagst, dass du lockern Dann seh ich nur, da ist ne Leiche Ja ok Da Tautor so locker geredet hat, dass er gekauft hat Hat er ihn erschossen Und dann dreht sich Maru um und tötet mich Ja Wer wollte da grad die Waffe haben? Der McFlee Ja Warum hast du die so lange angeguckt? Ich weiß nicht, weil ich irgendwie die ganze Zeit An der M16 vorbei gescrollt hab Moment fest Ich hab jetzt nicht Wenn du die so lange Würfe shotgun Franz hatte Angst Kaboom 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 Scheiße, McFly. Ja, ich hab's leider nicht gesehen. Warte, warte, McFly und Maru seh ich aber. Dann Fisk ist ja eh Dete. Oh, unter dir ist direkt einer gerade gewesen. Ja, genau. McFly, Maru war das nicht. Das heißt, da fehlen noch Tautau, Nils und Kundran. Einer von den dreien ist es auf jeden Fall. Und einer ist ja tot. Granz ist tot. Wieso krieg ich den Boomerang nicht? Oh, Tautau! Tautau! Tautau ist low, Tautau ist low, hab ihn. Tautau ist down, liegt auf dem Dach gegenüber. Aber McFly ist auch tot. Aber Tautau. Und einer trinkt an dem Wasser-Dingen. Oder Fisk bist du das? Hier über dir. Aber habe es vernommen. Das ist ein Boomerang. Nein, ich hab doch Tautau erschossen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ein echter Boomerang oder kann man den aufgehen? Ich hab grad Probleme mit hochzukommen. Ich kann auf jeden Fall nicht auffüllen. Keine Ahnung. Flopper. Nervt. Wuuu. Maru flappierst du gerade. Meintet sich, wenn ich gekupert wurde von Tautau. Er ist immer noch in dem Haus mit dem Wasser-Ding. Das muss aufpassen. Kann er jederzeit rauskommen. Tautau, Tautau. Wer hat Tautau identifiziert? Identifiziert habe ich ihn nicht. Er ist tot. Hast doch gerade erst confirmed. Ja, bestimmt. Also Nils ist einfach der Letzte. Und er ist im Haus mit dem Wasserturm. Hat er wahrscheinlich irgendeine Kacke gelegt. Und redet nicht. Stimmt. Aber wenn er tot ist, regt er sich immer auf. Ah! Die Leute nicht richten. Hä? Sag was, Maru. Ist klar. Ich wollte was kaufen vorher. Ich kann immer noch was kaufen. Äh. Shit. Uiuiuiuiui. Ja, wenn Maru dann nicht sich wieder hinter dem Ding versteckt hätte, wollte ich ihn in der Luft töten. Habe ich Maru noch ein perfektes Alibi verschafft. Dado, ich bin... Ja, und vor allem, die haben sie an mir vorbeigelaufen. Ich trink da gerade in der Ecke, sitzt da so, oh Gott. Ja, Fisk war das. Das war Fisk. Fisk ist an dir vorbeigelaufen. Fisk ist genau neben dir lang. Der war Fisk. Ja, äh. Dado hatte da seine, äh... Fisk hat auch Schulz gerufen, als er getrunken hat. Schulz? War eigentlich hoch zu Dado, aber da war der Skill nicht real. Bist du echt untergefallen? Ich dachte, du musst einfach nur nach unten gucken. Der Skill war nicht real. Der Skill war nicht im Container. Nicht im Container, Mann. Der Skill war nicht real. Ey. Willst du noch maulen? Ey, komm dran. Coca-Cola 15 Cent, what the fuck? Wo gibt's sowas? Ja, im Stripclub, da filmst du die Null. Ah, wer war das da gerade? War das Fisk? Ja, aber 15 Cent? Fürs Kack irgendwas böses war das. Wir sind jetzt ein Spanischschtrip. Ja du, aber was steht's denn da so? Ist ja fürs Fenster. Fürs Fenster. Fürs Fenster. Fürs Fenster, kurz reinschaust du. Zwei Minuten oder was? Gibt's die bei uns auch für einen Euro oder so? Das ist ja widerlich, Alter. Oh man. Cola am Fenster für einen Euro? Hier ist einer tot. Maxi ist tot. Maxi. Ich will nicht wieder bei der Arbeit voll rumliegen, ja? Ähm. Geht noch in der Seite, okay. Und dann war ziemlich lang an der Leiche. Ich hab den gerade gefisgt. Ich hab nen Taktiv gecallt. Der ist hinter mir. Mach das mal woanders und nicht hier oben. Mir an der Leiter. Hier, die Cola. Ey, schön. Oh, was, 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 was. Mach da hin. Yes. Bin ich tot, es ist Nils. Irgendwer ist bestreund. 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 Irgendwer ist tot, ja. Er ist tot. Toll. Wieso ist er jetzt tot? Das ist Nils, ja? Das ist Nils, ja? Ja, ich die ja schon weg. Weiß ich nicht. Oh. Bin ich jetzt auch von hier. Hm? Kunrad ist es. Und Nils. Kunrad und Nils. Die beiden Bobs vom Dienst. Äh. Die Nichtskönner. Ich hab ihn nicht viel. Einen gesehen, ey. Ihr habt voll wichtig getroffen. Na, gar nicht. Einmal. Einmal. Einmal hat Nils ihn getroffen, einmal du. Ne, ich hab ihn auf jeden Fall mehrfach getroffen. Hier, wenn er Lemone haben will. Lemone. Letzte Runde, Boys. Letzte Runde. Wir haben jetzt mal richtig. Was? Was? Nils hat mal Recht. Was ist da los? Alleine deswegen musst du jetzt machen. Extra Runde. Extra Runde. Obwohl. Könnte. Obwohl. Es kann, es kann. Okay. Kundrad will Rache. Bip, 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 Bip. Bip, 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 Bip. Bip, 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 Bip. Okay? Wenn ich jetzt tot bin, war es normal, weil er Rache wollte. Alle trinken Flopper. Das ist ein Fass. Das wär ja mal ein bisschen geiles Event, oder? Low gravity! Echt? Oh, ok. Geben wir die Fallschaden, oder? Die Frage ist, geht ihr. Kein Fallschaden, aber es ist geil. Jetzt ist es wieder vorbei? Nein. Bei mir geht's an mehr. Warum geht das bei dir nicht mehr? Weiß ich nicht, kann doch mal springen. Weil er im Shop war. Achso, das kam da hin. Weil Nils ging es nämlich auch nicht mehr und der war Traitor. Aha. Fisk? Oh, scheiße. Fisk ist es. Fisk ist es. Der ist hinten in der Ecke. Oh Gott, was bringt man so hoch? Das Fisk ist es? Ja. In welcher Ecke? Woher kommen die alle her, ey? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, gravity bringt man hoch.